Du Sacknase, du! Teil die Klappe und geh looten! Wo sind wir? Stadt, Dorf, alles klar. Ich brauch T-Flux, Printed Circuit Boards. Auftrag erkannt, Ausführung. Ab geht's. Erstmal lässt du mir den hidden Slash hier. Nee, da ist noch was nicht drinne. Verpiss dich. Endlich mal jemand mit anständiger Beleuchtung? Was genau findest du jetzt anständig, dass man meine Glatze jetzt... Bila, Bila. Wo, wo, wo? Hier bei dem einzelnen Haus ist grad reingegangen. Bei dem Einzelnen? Ja, Richtung Sumpf. Ah, okay. Du meinst das im Sumpf. Nein, das Außen hier. Ja, ich weiß, was du meinst. Das vorne ist gelbe. Ja, genau. Du brauchst nicht flüstern, Mann. Der kann uns nicht hören. Und danke für das Kompliment für die Glatze. Ich weiß, ich muss aber morgen nachrasieren. Zwei. Zwei. Ja, warte doch mal. Ja, Alter, die schießen auf mich. Was soll ich machen? Ich seh dich ja nur rennen. Ich bin so weit hin. Ich hab ne Repetierer, Mann. Ja, ich bin gleich tot, ne? Ja, ja. Ich versuche die zu sehen, aber ich... Boah. Die naden dich. Der eine will dich rushen. Einen haben wir. Einer ist noch da. Einer ist noch da. Der rush dich gleich. Ich hab nachgeladen, warte. Wo bist du? Geh in Deckung. Ich schieß auf ihn. Geh in Deckung, geh in Deckung. Er ist... Scheiße, ich muss nachladen. Ab ihn. Sehr gut. Meine Güte. Meine Güte. Meine Frage, wie lange spielt dir das Game noch? Beziehungsweise dein Mate? Ach so. Nicht noch, sondern schon. Äh, seit... Also ich seit Alpha komplett. Den ersten Tag, wo du spielen konntest, war ich schon drei. Kannst du es sonst auch auf meinem YouTube-Kamera sehen. Als das Spiel noch keiner gemocht hat, hab ich schon darüber berichtet, weil alles nur in Russisch war und ich das für die Leute übersetzt habe. Ein bisschen Werbung in eigener Sache. Stinkt. Was ist er denn? Hier an dem... Holzfaschen hier. Fliegen beide. Ach ja. Wo beide? Ja, der rechte ist... Der rechte ist deiner, der linke ist meiner. Okay. Wie gesagt, wenn du die M4 oder die Muni... Weil ich habe keine scheiß Muni mitgenommen. Die M4 brauche ich nicht unbedingt, aber... Muni wäre nicht schlecht. Hast du das jetzt M4 mit, oder was? Ich habe eine MK16. Also manche hassen es, wenn man Buchstaben verdreht oder sie liegt an meiner... LRS... Lese-Rechtschreibschwäche. Ja, du. Alles gut. Ich habe genauso auch Kumpel, die auch Lese-Rechtschreibschwäche haben. Mit denen spiele ich ja mal am liebsten Scrabble. Sorry. Der musste sein. Wie gemein. Du... Wie gemein. Also wir spielen nicht wirklich Scrabble, aber ich schlage Scrabble dann immer vor. Und Gemeinschaftsspiel spielen. Scrabble wäre doch cool, sage ich dann. Und dann hörst du immer diese gehende Stille. Eigentlich müsste ich jetzt über deine Glatze herziehen. Hä? Ist doch ganz einfach. Ich habe einen Eierkopf. Musst du fragen. Ob ich schon lange genug gekocht habe, oder so. Aber, falls du dir neu ausdenken willst, ich glaube da kommst du ein bisschen spät. Dafür bin ich schon zu alt. Ich glaube ich habe schon alles gehört, was man über Glatze und den ganzen Quatsch sagen kann. Null. Nicht getroffen. Nee. Hast du mich getroffen? Nee, habe ich nicht. Ich habe auch deinen Fuß, aber er hat trotzdem den Boden, weil ich zu nah dran war. Die meisten looten erstmal da und dann laufen sie hier rüber. Deswegen will ich doch nicht gleich rein stürmen. Nicht das gleiche haben wie bei mir. Vorne sind sie. Da sind sie frei. Echt jetzt? Jo. Er ist am Haus bei dir. Ja, hinter uns ist auch noch wer, oder schießt du jetzt? Ich schieße auf den Typen, Junge. Okay. Ich kann nicht auseinander halten, wer wo ist. Er fällt nicht um, ne? Ja, ich... Er hat noch einen Body war dahinten. Bist du außen? Nee, das ist er. Ich sehe ihn nicht. Jetzt habe ich ihn. Ich weiß nicht wo der andere... Der andere ist weiter vor mir noch. Ich muss mich erstmal hier ein bisschen healen. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Er ist irgendwo nahe bei mir. Um zu provozieren. Hast du Granaten? Ja. Werf auch mal, ne? Ich weiß ja nicht wohin. Aber so weit kann ich die nicht werfen, Digger. Ich sehe ihn nicht. Ich höre noch nicht mehr. Ja. Ja, dich höre ich jetzt. Ich bin jetzt direkt hinter dem Haus. Ja. Ich schmeiße auch mal ne Granate. Ja. Du hast mich grad umgebracht. Lol. Nicht dein Ernst. Ja. Oh mein Gott. Ich hab die einfach dazu da vorne gehauen. Oh mein Gott. Sind das ich? Ist das ich? Nö. Weiß ich nicht. Kann sein. Nö. 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 Du hast den erledigt. Alter mit ne Granate. Ich hab den mit der Granate gekillt. No way. Oh mein Gott. Scheiße. Leute warte ich lass euch eben zugucken. So. Ach du heilige Kacke. Ich renne hier grad an dem Busch vorbei. Den sehe ich den hier drinnen liegen. Renn bitte nicht raus. Jaja. Alles gut. Jetzt müssen es alle sein. Zwei Spieler. Wir sind... Oh ne. Einer kann es noch. Ne. Drei sind es. Wann alle frei. Ja das wars. Zwei Spieler hätte ich gebraucht. Ja. Sorry. Ist aber egal. Können sie gleich kommen müssen. Ja. Ja. Ist gut. Ich gucke bloß kurz rein wegen XP. Ja. Ist auch hier oben. Rechte Seite. Ist auch hier oben. Rechte Seite. Oh. Alter. Alles gut. Sorry. Rechte Seite. Hab ich jetzt verstanden. Danke. Du hast so verstrahlt in die andere Richtung geguckt. Da dachte ich du gehörst nicht zu uns. Ja. Nee. Klar. Ja. Ich hab nur einen Schuss abgegeben. Hm. Das war ein einziger Schuss. How dare you. Das tut mir leid. Du hast doch ne Rüstung an oder nicht? Ja ich hab auch ne Rüstung an. Das war 7mm Buckshot. Einfach nur 7mm Buckshot. Und er sieht so aus. Siehst du das Titan? Du hast nur... Ja. Ein Schuss. Ja. Da läuft schon was. Deine Waffe guckt durch. Nein. Wie ich es nicht überlebe. Alter. Ja. Überlebt es halt immer noch. Ja. Es tut mich sorry. Oh Gott. Scheiße. 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 Ich trinke noch. Ja ey komm. Ich lösche die Scheiße man. Das ist ein Witz alter. Hahaha. Na klar. Ich setz nur meine Skau. Ich tipp ab daher. Ehrlich. Mit ner Scheiß TT. Wundet ihr mich? Na klar. Beide selbe Level Wann das 2 oder was? Ja Hier guck zwei Stück, beide selbe Equip, selbe Armband Was ist der andere? Hä? Da der eine und hier der zweite Wann 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 So wir hatten toter Spieler Hier oben liegt ein toter Spieler Guck Oh, oh, oh. Das er so schnell da um die Ecke kam, aber auf Factory zu überleben ist eh unsportlich. Bis zum nächsten Mal.